Yo, servus, das ist der Tioner Shepdog für euch und heute mal Take a look back to Rocket V2. Das ist ein MW2 Mod. Ich habe einmal ein Video, zwei Videos sogar darüber gemacht, wie es so ist und jetzt schauen wir, wie es ist. Also zeige ich euch, wie es sich verändert hat. Ich habe es gerade ausprobiert, es ist scheiße. Es ist wirklich, boah, starten wir das einmal. So, da sind wir im Gang. Ja, ich muss sagen, es hat immer einiges geändert und das nicht wirklich zum Positiven. Wir haben in erster Linie Options. Ja, das ist wie es immer ist. Ja, der Video Blablabla, Multiplayer, Game, Geschichte, Schaste. Dann, Crade a Christ, da fängt es auch bei der Scheiße. Wir haben zwar 15 Klasse, das ist ja alles gut und schön. Dann fängt es auch. Wir hatten da urviel, wir hatten Ghosts Waffen, wir hatten Black Ops 2 Waffen. Schau, was da übrig geblieben ist. Eine verfickte Scheiß-Buffen. Und das ist die AK-47-30. Gefakt auf, ein paar nach die Scheiße. AK-AK-AK-AK-Überröse-Jugend-Scheiße. Alles ist AK-AK, gibt sich das anders, ne. Dann da. Ist die Peacekeeper überblieben. Das ist es. Light Machine, ganz. Naja, auch nichts, ne. Sniper-Rifle. Da haben wir nur die von Bolt-Action-Rifle von MW-Ans. Ja. Real Chill, Light Machine, ganz. Wir haben nichts mehr. Ja. Ist nichts mehr übrig geblieben. Ja, Börg sind sowieso, sowieso. Das gleiche. So, wenn wir Game-Joinen. Da. Müssen wir gleich einmal eine Minute warten. Für was bitte? Was muss ich eine Minute warten, Alter? Das kommt aufs selbe hin aus. Ich kann nicht einmal joinen. Ich muss zwei Minuten warten, damit ich irgendwas machen kann. Also wirklich, die alte Mod war besser. Blende ich einmal kurz an Things ein. Einen Ausschnitt aus meinen zwei alten Videos. Grüßeng. Da ist der Toning einmal wieder. Da gehört ja, da ist die Kamera jetzt da hingestellt. Wir spielen. Bam. MW-2. Aber ein bisschen an die modifierten, wie visierten wir sagen. Und zwar Rocket V2. Also V2, MW-2 quasi. Wunderbare Mod, muss ich sagen. Wir haben lots of M-Options. Mods. Okay, ich hab jetzt keine, aber wir haben auch einen Kinomod. Nicht so, nicht so wie es nicht gehört. Options. Wir haben die typische UI-Gender. Da kannst du ein gutes Ding, wo ich hin kann. Dann. Bei Quartieren haben wir einen Unlock All. Nein, Touch. Supergeil, man. Privates Match, da haben wir sogar alle Maps. Sogar Burger Town und das Ganze. DLC Maps. DLC Maps. Single Player Maps. Single Player Maps. Single Player Maps. 2 und so was. MW-4 Credits. DLC Maps. DLC Maps. Classics. Crossfire. Nukedown. Crash Tropical. Buffalo Tropical. Buffalo Tropical. Da haben wir noch mal um Ultra Mods. Storm Spring. Das ist grenzgenial. Das alles ist weg! Naja, zumindest das meiste, ne. DLC Maps. aber hat halt alles, also mehrere Sachen aus mehreren gespielt. Ist jetzt schon länger am Dasein, als wie ich jetzt das Video mache. Ja, ich bin halt nicht dazu gekommen, dass ihr es nicht. Die Mod habe ich genossen, jetzt habe ich schon vorher gespielt. Dies, dies, dies. Nö, mal bitte. Wie ist denn das hier jetzt? Verbündete Predator-Rakete im Anschlug. Kein Pro. Ja, bitte. Was ist denn, wir, 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 wir kommen vorbei. Oh, das ist ein Kumpel. Gut. Ha, ha, ha! Gut. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ja, Scheiße. So ist ja Pusser mal raus. Batsch! Ich muss die Baustelle draußen. Ähm, man muss einfach sagen, es ist nur ein Witz. Ähm, das, das gibt's alles nimmer. Das spielt sich auch nicht mehr so. Die Waffen gibt's nimmer und das, was die. Ähm, aber ja. Schauen wir mal, dass wir ihn ein Gamecheunen. Na, Arschlöcher. Braucht's alle ein paar. Nein. Äh, jetzt zahlen wir mal eine. Geht schon, gehen wir. Noctum Team Deathmatch. Ja, dann melde ich mich wieder, wenn's, äh, Dings ist. Ja, ja, da, ja, und, ma, da rein. Ja, bis, 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 bis. Ah, wieder im Game. Super. Nicht einmal, das funktioniert. Du sollst sich aufgehangen nehmen. Ja, Missing Pai Knutdown. Ja, früher wurde, glaube ich, nur inkludiert. Next G. Da müssen wir nicht warten. Da müssen wir nicht warten. Da müssen wir nicht warten. What the hell. Und jetzt können wir nicht joinen. Das ist, das ist, das ist, das ist wirklich gut. Ein Scheißspiel. Nein, nein, es ist gut. Es ist gut. Eben, weil es so scheiße ist. Es ist schon wieder gut. Gänsewodka. Sprich Wasser. Hat sich das gar nicht geräumt? Nein, aber wirklich, das gehört mir so am Arsch. Nimmle Snoops auch noch, Alter. Toll, Alter. Der Bosse ist, Alter. Ah, ja, okay. Der Rest ist halt nur so wie vorher. Ja, mal schauen, ob wir ein Spiel gescheinen können, Verschissenes. Nein, Pots können wir noch immer nicht machen. Das wäre bei der Serveranzahl, ist auch nicht bei der Spieleranzahl echt keine schlechte Idee, wenn man das könnte. Ja. Ah, jetzt können wir joinen. Nein. Jetzt sagt, das funktioniert. Gerade noch so. Scheiße, ein Schlecher da. Huch. By the way, für was wer wissen will, das ist eine Baustelle da, äh, schon seit, weiß nicht, über einem Jahr jetzt schon. Äh, da wird die alte Post bei uns abgerissen. Da kommt jetzt eine Gemeindebauten hin. Anstatt irgendwie was anderes. Oder vielleicht auch ein kleines Einkaufscenter. Das wäre nicht schlecht mit einem Titech drin, dass ich runter gehen kann und, wo es nicht fahrend zu mir in 15 Bezieh, das ist einmal, eine halbe Stunde Fahrt für, vielleicht einen Ramstick oder. auf's. So, שוי, lifts mich doch mal! Wieso kickt sie mich raus? Ich hab meine, meine, meine heiligen Kilg Macht, ich bin nicht einmal, äh, gespawnt. das ist jetzt 10 jährig man wirklich so ist schon das so, gehen wir gehen wir lange warten zeiten sind immer super zusätzlich kommt da noch eine ladezeit dazu die alleine ist nicht schon gut genug können wir endlich ein match machen noch 20 versuchen ja das sind ja es geht aber man sieht es ist ja und es resultiert in diesem schlaftabletten also und schlaftabletten vermeiden wollt es geht mit dem genauso gut also das garantiere ich euch ja rund wien ja video end wirklich ja schauen wir uns den last kill an ach er hat doch eine matratze geschossen nein scheiß drauf wirklich das spiel ja da kriegst du selbst nicht Gedanken nein bitte zu selbst nicht Gedanken wurscht gut das war's man sieht es BAM und PATCH ja die schießen auch schon weil das ist besser als wie das der scheißdrechter gut das war wieder ja mein take a look back kann man sagen ja und man sieht sich das nächste mal like, comments ab wenn ihr wollt so tschüss